Wir sind hier, wenn die Liebe freit, Friede und Guben des Erdbegleichs freit. Dankeschön. Vielen Dank Sonja von Seebrücke. Und ich freue mich, dass wir heute so viele sind. Ihr könnt alle in diese Richtung. Wir werden Richtung Lietzenburger Straße laufen. Deshalb kommt nach vorne. Hier ist noch genug Platz. Und lasst uns die Insolidarität, die Abstände einhalten. Achtet auf Mundschutz. Es ist wichtig. Es ist eine solidarische Demo. Und die müssen wir auch hier immer wieder beweisen und auch zeigen, dass wir solidarisch mit unseren Mitmenschen sind. Ich freue mich jetzt, dass auch Migrantifa heute hier spricht. Migrantifa wurde nach dem Anschlag in Hanau gegründet, in unterschiedlichen Städten, in sehr vielen Städten. Und auch in Berlin ist Migrantifa hier und spricht jetzt. Dankeschön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.